hörst du auf deinen körper wenn er dir signale sendet kannst du die kraft und die energie in deinem körper wahrnehmen und fühlen oder ist er einfach nur da vielleicht stößt ihn sogar ab in diesem video zeige ich dir welche riesen selbstsabotage du aufsitzt und warum ein gesundes körpergefühl essentiell für deine emotionale und körperliche gesundheit ist dazu verrate ich dir wichtige zusammenhänge und ich gebe dir am ende mehrere wirklich ultra leichte übungen die aber dein leben verändern ich hatte keinerlei verbindung zu mir selbst ich hatte kein körpergefühl klar der war als materie da aber er existierte nur mein körper hatte für mich keinen wert meinen sinn und meinen wert gab ich mir über übersteigeres helfer syndrom einen angesehenen job und der krampfhaften idee den regenwald retten zu müssen ich habe nie auch nur eine sekunde darüber nachgedacht dass ich als wesen dass dieser körper dass der wertvoll und wichtig ist ich mache die unglaublich viel sport da mir als teenager gesagt wurde dass ich mit 30 im rollstuhl sitzen werde aber auch weil ich krampfhaft versucht habe einen idealen körper zu haben den man schön finden könnte vielleicht treibst du auch viel sport und du glaubst dass es notwendig diesen sport zu machen um gesund zu bleiben dann hast du es wie ich zu deinem glaubenssatz gemacht aber da ist eine große falle der zwang die dogmen von außen aber nicht die weisheit deines körpers hat zu dir gesprochen ich habe mega viele sportarten gemacht downhill mountainbiken bouldern klettern rückwirkend war das ein ventil wo ich versucht habe meine lebensbitterkeit und meinen frust loszuwerden einfach war es wo ich auch nicht mehr denken kann denn meine gedanken haben mich so runtergezogen und mich so kontrolliert dass ich manchmal echt angst hatte durchzudrehen auf meditation oder atemtechniken wäre ich zu diesem zeitpunkt überhaupt nicht gekommen aber hat der sport mir ein gesundes körpergefühl eine verbundenheit geschenkt nein habe ich durch den sport gelernt auf die signale meines körpers zu hören sie wahrzunehmen sie richtig zu deuten nein das habe ich erst gelernt wegen meiner nahrungsmittelunverträglichkeiten und meinem reizdarmsyndrom denn ich musste buchstäblich lernen meinen körper zu fragen was ich heute essen kann was mein körper verträgt die ärzte heilpraktiker ernährungsberater sie konnten mir nicht helfen ich wurde austherapiert auf einmal musste ich mich aktiv mit meinem körper auseinandersetzen aber auf einer ganz anderen ebene das war auf einmal nicht mehr nur so ein ding und diese ganzen signale die ich einfach ignoriert habe auf einmal hatte mein körper das sagen und ich musste auf den hören aber das hat mir eine tür geöffnet 2018 sagte mal ein meister zu mir in indien höre auf niemanden auch nicht auf mich dein meister ist in dir und das habe ich ewig nicht verstanden bis ich diese verbindung zu mir wieder herstellen konnte mein körper hat mir gesagt wie viel ich essen soll was ich essen soll wann ich essen soll und ich habe nicht mehr auf diese document von außen gehört nach 17 uhr soll man nichts mehr essen früh ganz viel abends ganz wenig wie oft am tag denn mein körper wollte etwas anderes mein körper funktionierte nicht so wie diese dinge da von außen mir erzählt wurden also habe ich gelernt radikal mit meinem körper zu kommunizieren aber auch ihn zu wertschätzen für das wunderwerk das er ist dieses herz was einfach schlägt unsere atmung was der körper alles heilen kann und auch was ich wahrnehmen konnte wenn ich an einem baum angelehnt war konnte ich ganz andere körperteile wahrnehmen oder wenn ich an einem stein an einem fluss saß und ich wurde gesund ich habe mein reizdarm syndrom besiegt und ich sitze mit 47 nicht im rollstuhl obwohl mir das für circa 30 diagnostiziert wurde ich kann jetzt kniebeugen machen und in die hocke gehen was ich nach meiner knieop mit 16 30 jahre nicht konnte schräg oder aber was das aller 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 krasseste ist und da liegt die kunst und der wahre segen höre darauf spüre hinein was braucht dein körper wirklich wie viel bewegung braucht dein körper wirklich welche art von bewegung braucht dein körper wirklich was macht deinem körper dir deinem wesen wirklich spaß denn es ist mega unterschied aus zwang oder gesunder gewohnheit und wenn du wieder so eine gesunde verbindung zu deinem körper hast dann wird er dich führen er wird dir ganz genau sagen was er braucht wann er entspannung braucht dann das habe ich ja schon mal in einem video erklärt das findest du auch unten in der video beschreibung wie wichtig auch bewusste entspannung ist denn allzu oft sind wir in unserem leben getriebene im hamsterrad der verpflichtungen in diesem du musst du musst funktionieren wenn du nicht funktionierst bist du nichts wert und diese falle des getriebenseins in die kommt man auch schnell mit dem sport du musst sport machen sonst bist du fett sonst bist du krank sonst bist du hässlich aber bewegung soll in einklang mit deinem körper sein in bewusstheit und aus deinem körper heraus mitgeteilt also schluss mit all diesen dogmen die irgendjemand eingeredet hat dein körper ist dein meister dein tempel deiner seele dein heiligtum er will geliebt werden nicht geschunden er will wahrgenommen werden daher finde diesen zugang zu deinem körper zu deinem wunderwerk und höre ihm zu stelle diese direct line wieder her und ich sagte jetzt wie du das aktiv in dein leben integriert beobachte deine atmung so oft du kannst vor allem wenn du merkst dass du gerade wieder scheiß gedanken hast oder du dich innerlich aufregst sage dir stopp und beobachte deinen eisenatem und deine ausatmung fühle deinen herzschlag so oft du kannst wenn du an der fußgänger ampel stehst egal wo fühle deinen herzschlag feiere deinen stuhlgang wenn du einen hattest denn auch das ist ein wunderwerk freue dich jedes mal wenn du das geschafft hast am morgen wenn du aufstehst fasse nicht erst dein handy an sondern fühle deinen atem und nehme dich in den arm mache das wenn du aufwacht und mache das bevor du einschläfst findest du eine stelle an deinem körper besonders hässlich dann streichel genau die und fühle dich mache das jeden tag mache deinen körper zu deiner besten freundin zu deinem wichtigsten gefährten beobachte atmung und herzschlag denn damit stellst du diesen draht wieder her zu deinem meister zu deinem lehrer zu deinem körper zu deiner intuition und dann feiere diese wirklich wichtigste verbindung deines lebens radikal und ehrlich und damit wünsche ich dir unglaublich viel freude und viel segen